Jeder. Es kommt auf die Situation drauf an. Wer aus der Mannschaft hat den höchsten Ikon? Vielleicht Julia? Die lernt aber immer. Die ist immer am Lernen. Schneller Julia. Wer aus der Mannschaft wird am Ende der Saison die meisten Tore schießen? Katja. Katja Strauss. Julia ist sicher viel geschmeichelt. Wer aus der Mannschaft trainiert am härtesten? Hanna. 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 Schausberger. Wer ist die aggressivere Spielerin? Anjari. Oder Larry. Oder Tassi. Es kommt auf die Situation drauf an. Aggressivere. Larissa. Nössling. Larry. Ja. Wer braucht am längsten nach dem Training? Wer geht, wenn es jetzt rauszieht? Wie? Wer ist am lustigsten? Mona. Stimmt. Mona. Wer hat die schönsten Haare? Wer hat die schönsten Haare? Alissa. Ja, Alissa. Schön lang und immer schön aufgebritzelt. Wie die Risch. Schöne Zöpfe. Und wer hat die schönsten Augen? Zerwina. Ja, Anja. Wer ist die beste Tänzerin? Wer ist der größte Chaot? Wir. Wer ist der größte Chaot? Bier. Und es toppt keiner. Wer macht am besten Party? Ull. Aber am besten? Komi. Komi. Der spielt zwar dein Paar, aber dringend jetzt immer noch. Wer ist der größte Morgenbruch für uns? Wer ist die beste Autofahrerin? B. Ganz klar. Ganz sicher meine Entianer. Die beste Autofahrerin. Julia, wenn ich vor dem Monat erwachtes kann. Ja. Da bin ich nicht verstanden. Monat wäre aber schlimm. Der Josef. Ja. Wer hat die meisten Fans? Du. Ich habe immer so gut im Fanclub. Gerne. Wer wird am Ende der Saison die meisten gelben Karten kassiert haben? Niki. Mit dem? Ja. Wer wird am Ende der Saison die meisten gelben Karten kassiert haben? Niki. Die hat schon gehört. Wer wird am ehesten seinen Freund für ein Fußballmatch versetzen? Jeder. Beide von uns fahren, wir werden jeweils den anderen fragen und er mitkommt. Jeder. Wer ist jetzt einfach so alt. J Ist ho nach humble. Mein F ducks. Wer ist jetzt wieder forever. Toll mein Spiel denn... Tonuest … Das ist noch nie. Vielen Dank.